Das ist mein Sitz im Tivoli. Halmania ist ein Stück von Aachen, wie ich eingangs sagte, eine Herzensangelegenheit. Und wir wollen, dass dieses Stück Aachen nicht nur für uns, sondern auch draußen in der Welt eine Bedeutung hat. Und deshalb wollen wir dieses Stadion. Ich bin fertig mit den Nerven. Und die kleinste Kleinigkeit wird bei mir explodiert sofort. Aber jetzt hier zum letzten Mal drin. Herr Driefen ist mein Name. Ich bin also Landwirt hier in der Sörs. Und muss natürlich grundsätzlich sagen, dass man als Landwirt erst mal froh sein kann, wenn jetzt endlich mal Schluss ist mit dem ständigen Flächenklau hier in der Sörs. Denn als Landwirt lebt man nicht nur in der Sörs, sondern man lebt auch von der Sörs. Wir müssen mal da rangehen, mitten im Aufstand. Rettet die Sörs! Rettet die Sörs! Rettet die Sörs! Rettet die Sörs! Das ist schon einfach ein Riesenspielplatz. Das müssen wir einfach mal so sagen. Das ist ein geiler Job. Ich meine, das, was die Almanya hier auf die Beine gestellt hat, ist wirklich einmalig. Ich als Adler oder Sörs, ich wohne ja ewig in der Sörs, muss ich sagen, ich habe da mit nie mehr gerechnet. Ein Sicht muss her. Ja. Das ist einfach mal. Das ist einfach mal. Das ist ein großes Problem, eine Niederlage für mich. Da wollte ich mich auch im Namen der Alemann, die mich bei allen bedanken, die da mitgezogen haben. Und wenn das Neue unten eingeweiht wird und das erste Spiel stattfindet, kommen sie vorbei und dann trinken wir ein Bier zusammen. Alle! Wir haben den Hältestätten. Alle! Natürlich. Eigentlich würde er gut, das wäre... Ja!